Nächster Halt, Bettburg-Hau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Goch. Abfahrt der Busse am Bahnhofsvorplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Wetze. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Kiewelah. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Geldern. Abfahrt der Busse am Bahnhofsvorplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Neukerk. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Aldekerk. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Krempen. Abfahrt der Busse am Bahnhofsvorplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Krefeld-Hauptbahnhof. Nächster Halt, Krefeld-Hauptbahnhof. Zu Ihren Anschlussmöglichkeiten achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und die Aushänge. Abfahrt der Straßenbahnen und Busse am Bahnhofsvorplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Krefeld-Oppbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Meerbusch-Osterrad. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Düsseldorf-Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Alle Fahrgäste werden gebeten auszusteigen. Zu Ihren Anschlussmöglichkeiten achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und die Aushänge. Abfahrt der U-Bahn im Untergeschoss. Abfahrt der Straßenbahnen und Busse am Bahnhofsvorplatz. Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns Sie bald wieder in einem Zug der Nordwestbahn begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg im Meer Ausstieg im hook